Grüß dich. Heute schauen wir uns an, wie du auf Englisch über die Zukunft sprechen kannst. Und das kannst du mit der Zeitform Going to Future. Let's go. Ganz kurz zu mir. Ich bin Mr. K, langjähriger Englisch Coach. Und mein Ziel mit diesem Kanal, ja richtig, dich besser in Englisch machen. Also herzlich willkommen, schau dich gerne mal um. Ich bin mir sicher, ich kann dir hier und da jetzt definitiv schon weiterhelfen. So, und zuallererst schauen wir uns an, wie du das Going to Future bildest. Und zwar schau dir diese Sätze hier mal an. I am going to watch a movie. You are going to watch a movie. She is going to watch a movie. Oder auch they are going to watch a movie. Wie du unschwer erkennen kannst, haben wir nach dem Subjekt, nach den Pronomen, immer eine B-Form, m, is oder are. Und dann das Going to plus gefolgt vom Verb, nämlich hier in der Grundform im Infinitiv. Also mit dem Verb machst du erstmal gar nichts. Also wir merken uns der Aufbau, m, is und are, die B-Formen, plus going to, plus Verb im Infinitiv. Jetzt haben wir das Going to Future gebildet in positiven Aussagesätzen. Verneinen kannst du das Ganze auch und das ist sehr, sehr einfach, indem du einfach nur ein Not dazu nimmst. Wie hier in diesem Beispiel, she is not going to watch a movie. Wie du hier siehst, das Not ist direkt hinter der B-Form, also hinter m, is oder are. Einfach nur das Not dahinter und schon hast du einen Going to Future Satz verneint. Verneint. Ziemlich simpel. Eine Frage allerdings kannst du auch stellen und da machst du nur folgendes. Du drehst praktisch das Subjekt und die B-Form und tauscht die Positionen. Wie hier im Beispiel, is she going to watch a movie? Wie du hier siehst, die B-Form ist ganz am Anfang, dann kommt das Subjekt und dann ganz normal Going to und das Verb. Und so stellst du auch alle anderen Fragen im Going to Future. Das heißt, die B-Form steht immer am Anfang, gefolgt vom Subjekt und dann Going to plus Verb. So, jetzt weißt du, wie man das Going to Future bildet, aber du weißt noch nicht, wann man es benutzt. Und das klären wir jetzt. Also, es gibt insgesamt zwei Vorgehensweisen, wann du das Going to Future nutzen kannst. Und zwar, die allererste ist, bei Absichten und Vorhaben. Das heißt, wenn du etwas ganz klar beschlossen hast, etwas planst, das in der Zukunft stattfindet, das wirst du tun, wie in diesem Beispiel, we are going to buy Bob a football for his birthday. Also, wir werden Bob einen Fußball kaufen zu seinem Geburtstag. Das steht fest. 100% von uns seine Absicht, das ist geplant. Und das ist ein ganz typisches Beispiel für das Going to Future, wenn du eine geplante Absicht verfolgst, die in der Zukunft stattfindet. Das ist erstmal Anwendungsbereich 1. Es gibt jetzt noch einen zweiten und der kommt vor bei einer Gewissheit von Ereignissen. Das hört sich jetzt ein bisschen kompliziert an, aber schau dir mal folgendes Beispiel an. Look at those dark clouds, it is going to rain soon. Ey, schau mal oben an den Himmel, siehst du diese dunklen Wolken da und wenn du da noch dieses Grummeln hörst von einem ankommenden Gewitter, dann weißt du, es wird jeden Moment anfangen zu regnen. Du hast also hier eine absolute Gewissheit, dass etwas in der Zukunft passieren wird. Und das ist ein ganz klassisches Beispiel für eben dieses Going to Future, wenn du es benutzen kannst. Du weißt also, etwas wird in naher Zukunft passieren, also benutzt du Going to Future. Und by the way, falls du bis hierhin schon etwas mitgenommen hast, ich würde mich super über ein Like oder ein Abo freuen. Danke dafür. So, und das sind eben diese beiden Anwendungsbereiche, wann du das Going to Future benutzt. Und beide beziehen sich hier natürlich immer auf die Zukunft. Ganz nebenbei, Going to heißt auf Deutsch übersetzt im Grunde genommen einfach nur werden. Denn, also ich werde, sie wird, wir werden und so weiter. Es geht halt immer in Richtung Zukunft. Zur besseren Einordnung schauen wir uns hier diese Timeline mal an. Also wir haben erstmal hier das Simple Past. He read a book. Die Geschichte ist abgeschlossen. In der Vergangenheit komplett vorbei, spielt keine Rolle mehr. Im Simple Present in der Gegenwart wäre der Satz, he reads books. Er liest Bücher. Das ist eine allgemeine Information in der Gegenwart. Und jetzt kommt unser Going to Future in die Zukunft. He is going to read a book. Das ist zukünftig geplant. Er wird zukünftig ein Buch lesen. Das hat er sich vorgenommen. Ich weiß davon, als er wird es lesen. Typischer Fall Going to Future. So, und jetzt ein paar Beispiele wie folgt. Tomorrow I'm going to go to the cinema. Morgen werde ich ins Kino gehen. They are going to take a vacation in Europe. Sie werden Urlaub machen in Europa. Are you going to go on a trip to the mountains this weekend? Hey, wirst du am Wochenende einen Trip in die Berge machen zum Wandern? Oder they're not going to buy a new house in the next few months. It's too expensive. Ey, die nächsten Monate ist es einfach zu teuer. Sie werden sich kein neues Haus kaufen. Und jetzt schauen wir uns mal die Signalwörter an. Es gibt nämlich einige. Zum Beispiel next Friday, next Monday, next Tuesday. Alles, was mit Tagens tun hat. Oder next weekend, next year, next party. Also alles hier mit next. Ganz klare Signalwörter. Soon, bald, tomorrow, morgen. Auch ein ganz großer Klassiker. Oder in the future. Also in der Zukunft. Na klar, es gibt die Zukunft an. Aber watch out. Eine Sache musst du beachten. Diese Signalwörter sind nicht exklusiv für das Going to Future geeignet. Sondern sie tauchen auch in anderen Zukunftszeitformen auf. Deswegen hier Obacht, wenn du diese Wörter siehst. Es ist nicht automatisch der Fall, dass du Going to Future benutzen musst. Und by the way, falls du sie noch nicht kennst, meine Homepage www.misterk.de. Geh mal drauf für zahlreiche kostenfreie E-Books für dich. Kannst du gleich downloaden und loslegen mit dem Üben. Und ansonsten auch weitere Infos für Coachings, damit wir face-to-face an deinen Englisch-Skills arbeiten. Ich freue mich drauf. So, ein weiteres Watchout ist folgender Satz. We're going to the mountains this weekend. Also dieses Wochenende werden wir in die Berge fahren. Aber wie du hier siehst, hier fehlt ja das Verb. Das Go haben wir hier nicht benutzt. Und das kannst du weglassen, wenn der Kontext klar ist. Wenn der Gegenüber weiß, was du sagen möchtest, kannst du das Go weglassen. Es hört sich in meinen Augen auch besser an. Denn so wäre es ein bisschen doppelt gemoppelt, wenn wir sagen, we're going to go. Oder she's going to go. I'm going to go. Das ist ein bisschen umständlich. Also wenn der Kontext klar ist, kannst du das Go einfach weglassen. Kein Problem. Ein nächstes Watchout ist auch, wenn du dir die folgenden Sätze anguckst. I'm gonna watch TV. She's gonna play football. Oder they're gonna take the bus. Wie du hier siehst, das Going-to wurde hier ein wenig verändert. Das ist hier so eine Art Shortform vom Going-to. Aber du musst aufpassen. Das ist sehr, sehr umgangssprachlich. Das ist sehr, sehr lässig. Und das kannst du nicht in förmlichen Kontexten benutzen. Das benutzen die Amerikaner sehr, sehr gerne. Und das ist super flüssig, super schnell gesagt. Deswegen kannst du super gerne benutzen. Hört sich auch sehr Native Speaker mäßig an. Aber du musst vorsichtig sein, wenn es hier um den Kontext geht. Oder hier die Situation, wo du dieses Gunner benutzen würdest. Und achte darauf, natürlich musst du hier auch immer die B-Form benutzen. Wenn du die weglässt, dann ist es, naja, dann ist es halt nicht mehr perfekt. Aber es könnte auch sein, dass du in deinem Leben ein paar Native Speaker triffst, die die B-Form hier nicht benutzen. Die einfach nur sagen, I gonna watch TV oder she gonna play football. Das ist halt nicht perfekt. Das ist jetzt kein, ich sag mal, super gutes Englisch. Aber wie das halt so ist manchmal in Sprachen. Manchmal lässt man einfach Dinge einfach weg. So, und jetzt sind wir schon beim Test Yourself. Schau dir mal diese Sätze hier an. Die sind alle im Simple Present in der Gegenwart. Und meine Aufgabe an dich, pack sie bitte mal alle ins Going-to-Future und wandle die Sätze mal um. Lass sie mal ein paar Sekunden auf dich wirken. In fünf Sekunden zeige ich dir die Lösungen. Viel Erfolg. So, das war's bis hierhin. Und falls du dich schon mal gefragt hast, was es mit dem Will-Future auf sich hat, die andere große Zukunftszeitform, im nächsten Video sehen wir uns. Da zeige ich es dir. Ich bin Mr. K. See you soon. Bis zum nächsten Mal. Bye.